Das RegenTV Plus ist für euch jetzt in Basel neben der Märthalle und wir beginnen das 10-jährige Jubiläum vom Ambulatorium der Ita Wegmann Klinik, die hier in Basel stationiert ist und nicht nur in Arlesheim daheim ist. Bei mir ist die Geschäftsleiterin Saskia, was macht ihr in so einem Zimmer? Gehen wir vielleicht gerade ein bisschen auf das ein? Wir sind in einem Behandlungsraum. Ja, also hier in dem Zimmer bieten wir hauptsächlich Eiseinfusionen an, Infusionstherapie, auch mit anthroposophischen Medikamenten und seit letztem Sommer jetzt auch noch neu pflegerische Anwendungen. Da bieten wir Wickel und äussere Anwendungen hier an. Wie ist denn das Ambulatorium hier jetzt aufgestellt? Ich meine, Klinik in Arlesheim ist eine Sache, aber da braucht es ja auch wieder einen ganzen Pool einer Belegschaft. Ja, genau. Also wir sind aktuell hier 26 Mitarbeiter. Davon haben wir 10 Ärzte und dann noch MPAs und Therapeute hier direkt bei uns im Haus. Und jetzt seit letztem Sommer haben wir noch neue Auszubildende. Was macht ihr jetzt da genau? Was kann man sich alles behandeln lassen? Mit welchen Problemen und Bobos kommt man denn zu euch? Ja, also uns gibt es seit 10 Jahren mittlerweile als Filiale von der Klinik Allesheim und im Prinzip behandeln wir alles. Wir sind eine Hausarztpraxis mit neuen Hausärztinnen und Hausärztinnen und wir wenden das integrative Konzept der anthroposophischen Medizin an. Also machen Hausarztmedizin on top, integrative Medizin. Was heisst denn das? Ich meine, wenn ich jetzt ein Problem mit dem Magen habe, wendet man dort etwas anderes an? Wie geht ihr denn vor? Ja, also wir unterscheiden natürlich, ist es ein akutes Problem oder ist es etwas, was schon Monate oder Jahre ein Problem ist? Und bei den akuten Problemen gehen wir ganz ähnlich vor wie andere Hausarztpraxen auch. Wir schauen, wir nehmen Blut ab, wir untersuchen natürlich körperlich und dann geben wir Medikamente aus der anthroposophischen Medizin. Und wir können hier auch speziell im Ambulatorium zum Beispiel auch pflegerische Anwendungen akut machen. Bei Magenproblemen oder bei Harnblasenentzündungen können wir Wickel machen und Auflagen zum Beispiel. Also wir haben neben den Medikamentösen auch pflegerische Möglichkeiten, die man akut anwenden kann. Also am meisten kommen schon Patienten, die einen ganzheitlichen Ansatz suchen, also die irgendwo anders vielleicht sich nicht so gut aufgehoben gefühlt haben und dann wirklich ihren Rucksack, den sie mitbringen, mal ausleeren können. Und wir hören dann eben auch zu. Also das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen, auch fürs Erstgespräch. Und dann eben sehr individuell schauen, wie steht der Mensch im Leben und welche Probleme hat er gerade und welche Fragen vor allem hat er. Wir haben sehr viele Menschen, die Erschöpfungssyndrome haben, Lebenskrisen mit körperlichen Symptomen oder auch rein psychisch. Einfach Erschöpfung, Müdigkeit sind sehr, sehr häufige Symptome. Und da gehen wir natürlich schon dann sehr in die Tiefe auch. Also das braucht eine gute Arzt-Patienten-Beziehung. Und das versuchen wir einfach von der ersten Begegnung schon eben sehr zu vertiefen. Und da legen wir Wert, dass das Vertrauensverhältnis eben schon entsteht. Roland, noch etwas zu den anthroposophischen Therapien. Ja, also das Besondere in unserer therapeutischen Gemeinschaft ist eben, dass wir auch anthroposophische Therapien anbieten. Das ist die Heileurithmie in erster Linie und die Sprachgestaltung. Und das ist eben so, dass wir als Team auch über den Patienten dann gemeinsam sprechen. Und wir können diese Therapien verschreiben und auch hier vor Ort direkt anwenden. Wie sieht denn das aus mit Krankenkassen, mit den Kosten? Ist die Ita Wegmann Klinik eine teurere Medizin, die Sie anwendet? Oder gleicht sich das aus? Ne, also es gleicht sich auf jeden Fall aus. Wir rechnen ganz normal nach Tarmid ab. Und die Kosten von der Konsultation und von der Infusionstherapie werden auch ganz normal von der Grundversicherung abgedeckt. Man braucht nur für Therapie gegebenenfalls dann eine Zusatzversicherung. Was ist deine Meinung nach entscheidend, dass ich sage, ich gehe nicht in einen Normalspital, sondern ich komme zu euch? Also ich würde sagen, dass es uns hier ausmacht, dass wir uns besonders Zeit für die Patienten nehmen. Auf das Wohl von den Patienten, glaube ich, ein bisschen mehr vielleicht achten. Und einfach einen guten Umgang miteinander pflegen. Und so dadurch eine besondere Atmosphäre entsteht. Und das kriege ich mir auch immer rückmeldet von der Patienten, dass das hier unseren Ort eigentlich auch ausmacht. Und jetzt glaube ich mir auch immer an ein paar Minuten versehen. Ich habe es想, dass das hier unseren Ort gezwatoft bleibt. Also können wir es schon mal?